Hallo und schon wieder willkommen zu einer Stream-Ankündigung. Ich werde heute schon wieder streamen, weil ich nicht weiß, was ich sonst mit meinem Leben anfangen soll. Mir ist heute den ganzen Tag langweilig gewesen. Und deswegen kommt wieder Minecraft, eine halbe Stunde bis eine Stunde, dann The Meaning of Isaac und danach alles Mögliche. Ich weiß es noch nicht, vielleicht wieder Super Meatball wie beim letzten Stream oder Yu-Gi-Oh! wie beim vorletzten oder einfach nichts. Das wird sich dann noch zeigen. Auf jeden Fall, schaut vorbei oder schaut nicht vorbei. Denn das ist wie Brei. War das nicht ein toller Reim? Oh Gott, ich könnte mich gerade schlagen. Nein, Maudado, schlag dich nicht! Meine Hand, sie will... Okay, das ist komisch, ich sollte aufhören. Also, wie gesagt, bis 19 Uhr, habe ich schon die Uhrzeit gesagt, 19 Uhr im Stream. Naja, es wird auf jeden Fall auf dem Hintergrund sein. Ich bin etwas verwirrt. Also bis 19 Uhr und ja, wenn ihr dabei seid, seid ihr dabei. Wie letztes Mal und wenn nicht, nicht. Tschüss!